Über 100.000 Flüchtlinge aus Myanmar leben in Flüchtlingslagern im Norden Thailands. Sie mussten vor Verfolgung aus ihrem Land fliehen. Ihre Ernährung und Gesundheitsversorgung – schwierig. Wann sie zurückkehren können, weiss niemand. Wir unterstützen ein Krankenhaus, in dem die Menschen kostenlos behandelt werden. Schwerpunkte unserer Arbeit sind Ernährungskurse, Versorgung von Schwangeren, Kleinkindern und Neugeborenen. Untertitelung des ZDF, 2020